Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peterke, wir haben es geschafft. Der Anführer hat sein Haus verloren, Leute. Das muss man jetzt sagen. Der Anführer hat sein Haus verloren, Leute. Er ist an kreisbar und das heißt natürlich für uns Vorzahlen. Als Kinder in der Agoge haben wir die Gesetze von Gortinen gelernt. Die Gesetze von Gortinen Ich werde ein Sohn des Kosmos sein und der Kult meiner Familie. So Leute, Anführer ist erledigt, Leute. Wir haben jetzt einfach mal schnell den Anführer dieses Gebiet. Einfach mal eliminiert, Leute, ganz schnell. Und somit haben wir hier das ganze Gebiet frei, Leute. Und dann würde ich mir jetzt sagen, warte mal, wir könnten der Angriff frei. Wir könnten ja einfach dieses Gebiet frei zu geben, Leute. Einfach mal wir kämpfen für die Sparta, dieses Gebiet zu holen, Leute. Wir könnten einfach mal versuchen, Leute. Einfach mal so. Bloß nicht sehen lassen. So Leute, die Sache speichern wir nochmal manuell. Schauen wir mal die Fassage, bevor wir so das angreifen, Leute. Wir schauen einfach mal, der Anführer ist tot. Und dann können wir hier einfach mal wieder ein Land für die Sparta mal frei. Schauen wir wieder. So können wir sie machen, die Sache los. So denn, ich muss sagen, Leute. Was ist das? Mächtige Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Du kommst gerade recht. Nun können wir die Grenzen der Athener angreifen. Wenn du dich uns anschließen willst, versteht sich. Mein Schwert gehört dir, Spartiat. Hervorragend. Heute wird ein schwarzer Tag für die Athener. Okay. Weil AT... Wir sind immer gespannt, Leute. Okay, jetzt fährt man mal wieder ein Gebiet frei. Geh dich fast. Geh dich fast. Geh dich fast. Dann gucken wir mal, wie macht den Regen, Leute. Dann gucken wir mal, wie macht den Regen. Dann gucken wir mal, wie macht den Regen. Okay. Alter Schwester, die harte Kämpfe, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter Schwester geht hier ab. Ganz ruhig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, finde ich Kampfe hier. Oh, mein Gott. 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 Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. rausgenommen Okay, kann man sagen, man ist ein kleiner käuflicher Ein kleiner käuflicher Held Muss man sagen, Leute, aber Damals ist man als Söldner Athen ist wieder ein bisschen schwächer Aber was ich gern machen würde Wenn es geht ist, Athen besiege Wahrscheinlich nach Athen dann mal gehe Sozusagen Sozusagen Mal nach Athen zurückzugehen Und dort An den Anführer zu eliminieren, Leute Vielleicht Vielleicht gibt es das hier nicht Weil wir haben hier schon ein paar Gebiete Haben wir schon fertig Alter, heftig So Leute, es war aber Es ging, war hart Aber wir haben es gepackt Und dann die Versorgung Wiesel schießen Nah dran Ah, da Ohala Jetzt sind wir beim Schmied Ich sehe Sachen Jetzt gehört das Gebiet uns, Leute Ja Ja Ein paar Materialien Uh Uh Schauen wir mal Ok Ah Ah Verbessern will ich hier was Oh ja, die verbessern wir jetzt Hä Das verpasst Oh Alter Jetzt die Die finde ich am besten So Gucken wir mal die Waffen uns mal an Oh ja Und Sache Von uns haben Ja Vater machen wir mal die Waffe Leute Und die Waffe natürlich noch noch mal Wialger Hermes deine Schritte leiten So Leute, ein bisschen unsere Waffen Waffen und Rüstungen verbessert So, jetzt speichern wir noch mal Leute Aber mal gucken noch ich die Sachen Mal gucken wir noch mal mehr gucken noch mal was man noch machen kann die seltener dinge okay es ist halt noch ein schöner welchen wie noch was schöneres geben was man irgendwie noch ein bisschen vielleicht besseren eben eine bessere brust und beine für unsere hüfte die wäre natürlich mega wenn man die ausrüsten können aber werden sehen aber ist schön dass hier das gebiet nicht mehr aus athens sondern nur noch aus spartan ja du ja was ist ja was ich biete die ein gutes geschäft an wenn du daran interessiert bist wo du drachmen verdienst und ich drachmen verdiene diese art partnerschaft ganz genau gleiche arbeit gleicher lohn an was genau hast du gedacht ich mache bürgen aus seltenen materialien ich wurde beauftragt einen aus hochwertigen fangzehen zu fertigen je einer von einem luchs einer löwen und einem heim ich könnte dir auch einen fertigen wenn du mir hilfst ich besorgt dir die zähne wenn du mir sagst wo ich sie finde aber haie haben keine gefangen zähne genau das ist wortklauberei fangzahnbogen klingt einfach besser nun du hattest noch fragen wenn du einen luchszahn willst sag mir wo einer lebt natürlich luchse leben nördlich des verlorenen minoischen schreins in zeus kinderstube aber pass auf die sind wild ok wer wissen wo die sind eine löwen auf kreta wie der zufall es will wird eine für einen reichen mann auf der straße von fest aus zur stadt gotti transportiert ok wo finde ich in dieser gegend vielleicht hast du schon mal vom ozean gehört die octopus bucht in der octopus bucht da wimmelt ist von den fiechern ich besorge sie für dich abdankt söldnerin der heimmann ist schon noch hier wenn man alles schon vergessen wo du nach den tieren mit den scharfen zähnen suchen sollst ich besorge sie für dich abdankt söldnerin hier hat das weiss echt Let's see. Okay, now. In the object, though. Okay. Okay. Das ist jetzt seltsam, Leute. Das ist jetzt seltsam, Leute. Da, wo die Luchse sind, wissen wir ja schon, wo die Luchse sind. Die sind ja hier in dem Gebiet. Ja, die Haie wissen wir ja auch, aber der Löwe, das könnte jetzt ein bisschen das Problem werden, glaube ich. Weil jetzt... Weil normalerweise sieht man immer, wo die Aufgaben sind. Diesmal sieht man die ja nicht. Komischerweise finde ich leider. So, irgendwo hier gab es Luchse. Ja, aber nicht mehr von Menschen. Lass mich raus! Irgendwer! Äh... Ich fantasieren, Leo! Danke! Den Göttern werden deine Taten gefallen! Das Geschäft der Freiheit! Wohin Sie schon? Was? So Leute, jetzt müssen wir mal die Luchse hier, die ich finde. Wohin Sie noch mal die Luchse hier! Wohin Sie noch mal die Luchse hier! Wohin Sie die Luchse hier auf? Das war's. Wohin Sie noch mal die Luchse hier in dir. Luchse hier in dir. Und dann geht's dir die Luchse hier in dir. Fahr auf die Luchse hier in dir. Hörst mich nicht. Das ist ja nicht! Joach! Wohin Sie dann! Okay, jetzt bauen wir nur noch die Löwen. Oh nein, Mann, oh mide. Alter Schwede, haben wir es nicht geschafft. Alter Schwede. Okay, wir könnten auch nach Kreta fahren, um dort Löwen zu finden. Das könnte machen. Oder halt beim Schmied gucken, ob er irgendwie die Dinger hat. Das mit dem Tier ziehen, das können wir schon. Oh, Mann, die Moops, man. Ja, zumindest jagen da drüber. Gute Lugfenma hier dann schon mal. Gute Lugfenma. Gute Lugfenma. Gute Lugfenma. Gute Lugfenma. Loser! Okay, Leute! Vielleicht machen wir mal Ends. Gehen wir mal zum Muffinsheet. Gehen wir mal zum Fassumas beim Waffen. Vielleicht hat er schon alles. Vielleicht kann es schon sein, Leute. Es wäre halt nicht schlecht, wenn er schon hätte so was. Weil sonst müssten wir dann nach Kreta vielleicht. So fit man halt immer Löwen. So fit man und halt im Meer kann man Haie finden. Dass man die Mission auch haben. Aber durch das, dass wir überall Reisepunkte haben, kommen wir immer schnell wohin. Muss man so sagen, man kommt immer schnell von A nach B, Leute. Das wäre klasse, wenn er das hätte. Wenn nicht. Dann müssten wir... ... Hier sind viele Wachen. Wo die sind... Ja, wir wissen ja, wo die sind. Das wäre ja nicht so das Problem. Aber es wäre schön, wenn wir schneller die Missionen hingen. Was kann ich für dich tun? Okay... Komm jederzeit wieder. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen zu den Fangszenen nach oben. Aber, Leute. Ich würde fast sagen, Leute. Wir werden das erst beim nächsten Mal weitermachen. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und P.G. bis demnächst.